Das Hochstift Paderborn, synonym mit Fürstbistum oder zeitgenössisch als Stift, war ein Ständestaat und geistliches Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im östlichen Westfalen, das sich im Hochmittelalter herausgebildet hat und bis zur Neuzeit 1802-03 bestand. Es war der weltliche Herrschaftsbereich der Fürstbischöfe von Paderborn. Im Gegensatz dazu steht der größere Bereich der kirchlichen Diözese, der geistliche Seelsorgebereich des Bistums Paderborn. Seit dem 16. Jahrhundert war das Stift Teil des niederrheinisch-westfälischen Reichskreises. Geografie Das Fürstbistum Paderborn umfasste in etwa das Gebiet der heutigen westfälischen Kreise Paderborn und Höxter mit Ausnahme des Bereiches um die Stadt Höxter, der das Territorium der Fürstabtei Corwey bildete. Essento, Meerhof, Ösdorf und Westheim des früheren Amtes Wünnenberg im ehemaligen Kreis Bühren sind heute Teil der Stadt Maasberg im Hochsauerlandkreis. Das Amt Lügde war spätestens ab 1618 integraler Bestandteil des Hochstifts. Eine gemeinsame Paderbornisch-Lippischee-Verwaltung existierte seit dem 14. Jahrhundert für die Samtämter Oldenburg, Stoppelberg und Schwalenberg. Grevenhagen bildete eine Lippischee-Exklave im Stift. Der Kernbereich des ehemaligen Fürstbistums liegt beiderseits des Egegebirges zwischen Senne und Warburger Börde, zwischen Weser und Sauerland. Gegliedert in den durch die Ege getrennten östlichen Oberwaldischen und den westlichen Unterwaldischen Distrikt. Die Diözese umfasste stets weitere Gebiete, so auch die meisten nördlichen, südlichen und östlichen Nachbarer-Territorien des Fürstbistums. Nachbarländer des Territoriums waren die Fürsten Tümerlippel, Braunschweig, Wolfenbüttel und Waldeck, die Grafschaften Ravensberg, Pyramind und Rittberg, die Landgrafschaft Hessen-Kassel, das Fürstentum Kallenberg-Göttingen, Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, das Herzogtum Westfalen und das Stift Corwey. Untertitelung des ZDF, 2020